Beim Weihnachtsbaum... Ihnen ist es egal, was mit mir passiert? Was? Gibt's Probleme? Beim... Ich will was sagen. Na toll, beim Weihnachtsbaum piept's doch, wollte ich sagen. Jetzt weiß ich auch warum. Aber erst einmal, hallo da seid's und willkommen zurück bei The Division. Ich find das gar nicht so schlimm, das Zeug. Ich tu's mir wieder an. Das ist orientiert, aber man kann ganz normal laufen. Hm. Für einen kurzen Moment ist man etwas unfähig, irgendwas anderes zu tun, aber... Was? Das schwitzt aber ja. Klingt gar nicht wie... Boah. Die zerschießen Zivilisten, die anderen beamen man... Nein, das... Nee, das ist JTF. Das machen die hier. Wir sind hier kaputt. Jetzt tanzt der andere auf dem Auto. Was hält denn der aus? Hey, hey, hey... Oh, ah. Da sind sie ja... Da ist auch das JTF. Weihnachtsbaum, hilf mir. Hilf mir, helfe. Bleiben sie doch draußen. Hier drin gibt's nix. Mein... Mein Laden. Mein Weihnachtsbaum. Ich glaub bei den Huschels. Hey, dein Kopf. Mann, 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 Mann. Ich muss mich eigentlich hier drin noch etwas umschauen, aber... Jetzt hab ich auch keine Lust mehr. Ich wollte hier nochmal hinten ins Lager gehen. Oh, hier geht's hoch. Treppe. Wir sind ja unterwegs zum Safehouse... Zum Safehouse Decret. Decrypt. So rum. Nicht Decret. Decret. Oh. Siegel zerbrochen. Gibt's hier... Ah, da hinten blinkt was. Ein Fahrrad. Interagieren. Oh, neue Bilder. Nicht mehr das Mädel mit der Kamera. Ein Laptop. Aber keiner zum was anhören. Aha. Hier piept's doch irgendwo. Okay. Hier muss, glaub ich, im Zimmer ein Wecker sein. Der hier. Piept immer noch. Also ich hör's ganz, ganz leicht, wenn ich nochmal ne Lautstärke habe. Wenn ich die Kopfhörer voll aufdrehe, hört man's ganz gut. Klingt wie ein Wecker, der gerade wecken will. Gibt's noch einen Nebenraum? Ja, schon irgendwie ne Abstellkammer. Da kommen wir nicht rein. Hm. Verschwindet auch einfach. Antia. Treppenhaus. Hm. Ah. Ah. Ah, leider auch nix. Wir sind zu gut ausgerüstet. Wir müssen erstmal wieder was einsetzen. Ah, halt. Hier geht's auch raus. Dieses L&B aber auch. Oh. Dieses schöne Wetter. Wir müssen in die Richtung. Ich muss doch hier bestimmt noch nachladen. Genau. Ja, das. Bitte. Das ist die, die uns vorhin beleidigt hat. Braucht jemand Hilfe? Ma'am, was? Brrr. Ich spinne doch alle. Dank ihres Einsatzes sind die Straßen jetzt viel sicherer. Die Tante von gerade eben. Du bist eine gute Dusche. Ja. Schnell, Sturmmaske. Nehmen wir mit. Dann wird es ihn weiter. Ist hier da jemand? Ne. Das L&B war hier. Die haben ihr blödes Zeichen an die Wand gepinselt, an die Tür. Vielleicht sollten wir noch söhlen, kalt. Blöden Plönerer. Hey, nicht tot machen. Das L&B kommt auch noch vorbei. Okay, ich ziehe mich mal ein klein wenig zurück. Das L&B kommt auch noch vorbei. Die schießen auch auf die Plünderer, wie es scheint. Hey, du füllenst gerade deine Deckung, du Arsch. Der hat auch irgendwie gar keinen Bock auf Deckung. Oh, ich habe aus der Deckung rausgeguckt. So, kann ich... Du hast keine Ahnung, wie du es zu tun hast. Wissen die überhaupt noch, wo wir sind? Ne, überhaupt nicht. Da wird es sich bewegt. Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Jede nicht autorisierte Person in diesem Viertel wird als feindlicher Kompetenz gewertet und entsprechend behandelt. Dies war eine öffentliche Sicherheitsbeteilung des Last Man Battalion. Ah, das habe ich nämlich vorher noch gehört. Im Laptop. Gute alte Zeit. Charles Blisson, ein Freund, erinnern sich an die Anfänge des L&B. Weißt du noch, als wir ihn nahmen, Austin Bram? Ja, sicher. Damals hatte ich noch Haare. Und du hast schon alles gewusst. Tja, da hat sich nicht viel geändert. Du warst schon immer gut in der Führung von Soldaten. Ob in die Flacht oder hin zu einer neuen Sicherheitsfirma. Sie sind immer bereit, dir zu folgen. Ich habe gute Redenschreiber. Geschenkt, Charles. Du schreibst den Scheiß selbst. Schon immer. Und sie folgen dir. Sie würden dir in die Hölle folgen, wenn du sie da rumpittest. Du hast hier wahnsinnig Arbeit geleistet, Charles. Hey, ich bin noch nicht fertig. Das Beste kommt noch. Beenden wir die Sache hier und jetzt. Das L&B hat davon, dass wir hier gerade was angehört haben. Deswegen kommen die vorbei. Was für ein Rucksack, die durch die Kante ziehen. Naja, wir auch aber. Bedeutend kleiner. Dieser Rucksack gibt ihm keinen Schaden. Schade. No. In den Hintern, in den Rücken geschossen. Wie viel es für so einen kleinen Laptop gibt. Wie viel Erfahrungspunkt es dafür gibt. Das ist schon ordentlich. So, und hier müssen wir jetzt rüber. Steht da noch wer? Wir können auch durchgehen, aber hier ist niemand mehr. Schickes Auto geparkt. Sieht ja fast schon nach Hauptquartier mäßig aus. Da unten wäre auch was zu tun. Machen wir es jetzt noch. Oder eigentlich erstmal zum Safehouse, falls wir nämlich sterben. Das rote Fass lasse ich mal stehen. Ich glaube, ich gehe erstmal zum Safehouse. Befolgen Sie bitte alle Anweisungen des Lastman Battalion Personals. Sie schützen damit Ihr eigenes Leben. Virenbestimmungsgerät. Nein, nichts ist nicht. Oh, ein Agenten. Ablenkung. Und währenddessen sterbe ich. Und der Agenten... Oh, schon die drei von sieben. Hm, sind wir da mittendrin? Entdeckte Midtown. Hm, ja, okay. Jetzt müsste er uns wieder zurückschicken. Okay. Da rein also? Ein Keller? Hm, schade. Müssen wir wieder raus. So, und irgendwo hier drin. Geht's denn hier hin? Hier geht's wieder raus. Okay. Ey, Licht hier geblieben. Nacht rein. Michelle Beck. 15 von 20. Ey, wir haben's ja bald. So, ich muss hier aber wieder raus. Ein Einsatzleistungsberater. Gibt's wieder Überraschungen. Gibt ziemlich viele davon, oder? Was ist denn da draußen los? Gibt doch einige davon. Hätten gedacht, die werden etwas rarer sein. Zentrale an Division. Das LMB handelt mit Medizingütern in der 49. East und Madison. Wir brauchen diese Medikamente. Bisschen Echo? Verlorene Medikamente entdeckt. Gürt das dazu? In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Ja, ich würde... Ja, ich gehe jetzt erstmal zum Safehouse. Machen wir schon alles irgendwie, wann? Das Last Man Battalion kann ihre Sicherheit nicht garantieren, wenn sie die Sperrstunde missachten. Bleiben sie nach Einbruch der Dunkelheit im Haus. Was glaubst du, was du hier draußen machst? Hm, ich muss hier lang. Ah, durch das Haus komme ich nicht, zumal die uns jetzt eh auf dem Kicker haben. Dann entsichere doch dein Leben. Vier Hansen, da können wir noch mehr an. Ey, Autorans lassen. Das hat euch nichts getan. Oh oh. Na, kein Fahnser, ey. Der weiß, wo ich hin will. Genau, machen wir schon. Das ist der Nahkampf. Das ist nur ein Normalo. Ah. Na, geht er nicht durchs Auto. Hm. Der steht ganz gut. Na, er stand ganz gut. Stopp. Der ist tot. Da ist nichts mehr zu machen. Die Granatenhans lebt noch. Einer der letzten Überlebenden. Ah, lass das. Mann, ich wollte ihn jetzt umbringen. Ja, jetzt geht er auf. Der ist hier noch an diesem kleinen Set. Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Da ist er. Tot machen. Geht gut. Die haben nichts fallen gelassen. Jetzt haben wir hier schon aufgeräumt zum wegpacken. Aber ich will ja erstmal durch. Zum Safehouse. Die Straßen hier sind sauer. Na. Die ist wieder voll. Voll mit Schmutz. Ey. Haben sie auch den... Oh. Das Auto ist aber ganz schön groß. Es gibt die gute Deckung ab. Na, schaut mal durch die Motorhaube schießen. Oh. Ups. Damit kommt es irgendwie gar nicht klar, dass ich hier so im Auto vorbeischiele. Ist da ein Schuss noch drin? Nachladen. Was ein Blödmann. Schmeißt da noch eine Granate. Wieder was schönes Gelbes. Hoffentlich schön. Wieder so besondere Handschuhe. 170er. Und wir sind da in der Küche nach unten. Das Gebäude kommt mir auch sehr bekannt vor. Also nicht das Ganze, aber mit den Gerüsten dran. Schon. Oh. Sogar in die U-Bahn. Sogar das Zeichen. Hoffentlich ist das keine Falle. Das wäre es. Ich dachte schon, hier wäre ein Gegner. Nein. Da ist die Tür. Hallo. Das ist ja ein interessantes Safehouse, das letzte. Das ist doch das letzte, oder? Ich müsste mal nachschauen. Aber direkt in den Keller geht es hier. Den Ricker Lassi kriegt man, glaube ich, auch nicht mehr zu Gesicht, oder? Weil wir sind ja mittlerweile schon ganz schön weit vorangekommen. So viele Safehouses haben wir abgeklappert. Wenn ich dann die eine Tonhalle denke, über die wir erstmalig gehört und auch länger gelauscht haben. Ja, und da hat sich nichts weitergegeben. Schade. Hallo. Und schaffen wir mal an. Und kümmern uns um die Sachen. Wenn sie das nicht schaffen, suche ich mir jemand anderes. Na dann, hoffe ich, dass du in der Zeit jemanden findest. Hallo, Herr Waffenhändler. Bevor ich da was gebe, vielleicht sogar nehme, erst mal gucken. Was, wenn er nichts damit zu tun hat? Die MP5. Hm. Ich würde ganz gerne mal wieder ein LMG haben. Maschinenpistole. Unsere Maschinenpistole hat... ...Scar Age. Die hat 47.000. Da hinten links streiten sich irgendwie Kinder. So scheint es. Weg. Weg. Zum Zerlegen markieren. Hm. Oh. N249 Parataktik. 50. Besser. Geht doch. Dann sperren. Entsperren. Und alles abmontieren. Am bestenfalls gleich mal... Moment. Die zwei. Ausrüsten. Wenn ich das auch mal wieder gemacht habe. Zieloptik. 16er. Reflex 26. ACOG. 25. Präzision. 75. Stabi. 1.0. Kopfschussschaden. Nehmen wir doch das. Magazin. Schnellwechselmagazin. 27. Draufgepappt. LMG. Präzision und Reichweite erhöhen. Optimale Reichweite deutlich erhöhen. Und kritische Trefferchance. Auf die Entfernung nehme ich es eh nicht. Deswegen nehme ich da glaube ich lieber die Präzision. Präzision 6.5. 6.5. Aber hier kommen noch mehr dazu. Und sag dir dann Bescheid. Ist das okay? Würde ganz schnell in Reichweite gewinnen. Aber nee. Kommen Sie und schauen Sie. Und Kompensator. Die 30 werde ich nehmen. Trefferschaden. 12.1.5. 34. Ich nehme den. Das haben wir noch alles. Oh Mann. So viel Kram. Dann werde ich die auch gleich mal markieren. Die gesperrt. 45er genau. Richtig. Das dann. 45 werden wie viel? 51. Genau. Die Topadresse der Stadt. Sehen Sie her. Das wäre auch ein LMG gewesen. Was besser gewesen wäre. Aber wir haben jetzt was besseres. Und wollte ich die noch behalten? Sturmgewehr. Kommt auch weg. Schrottflinte 27. Habe ich da nicht gerade eine gute weggegeben? Oh 32. Aber wann benutze ich die schon mal? Dann kommt das weg. Hier haben wir sogar 5. Aktuell die drin. Oh. Warum nicht die? Wir hätten ja nichts drauf. Ne geht ja gar nicht. Talente rollen. Ah stimmt. Ich muss mal drüben beim Talent gucken. Oh. Aber hier. Das Eliminieren eines Ziels regeneriert. 35% Gesundheit für 20 Sekunden. Kompetenter Waffenschaden wird für 15 Sekunden um 10% erhöht. Nach dem Fertigkeit eingesetzt. Dann so. Die kommt weg. Wie wir drauf gucken. Ja. Macht Bums. Magnum weg. Du weg. Du bleibst. Für den Fall der Fertig. Genau. Ich wollte hier nochmal gucken. Das Ding kann. Er bittert. Noch nicht. Oh. Noch lange nicht. Mit dieser Waffe wird die kritische Trefferchance um 5% erhöht. Hier fehlt uns noch ein klein wenig. Klicken wir vielleicht noch hin. Das Eliminieren eines Ziels hat eine Chance von 25% das Magazin aufzufüllen. Na gut. Nehme ich gerne mit. Schauen wir mal, dass wir das hier noch erhöhen. Die quatschen da drüben ganz schön. 103, aber 18 weniger. 18.000. Kann ich ja gleich alles markieren. Fährt mal ein. Der wird auch nichts sein. Da schon, aber... Nehmeh. Ja, hier ist auch nichts gelbes dabei. Der erhöht aber jeweils ganz schön runter. Vor allem eben hier. Ne, ne. Machen wir nicht. Die habe ich noch gesperrt, weil... Deutlich mehr Schusswaffenstärke, aber 10 weniger. Da hat sich noch weiterhin gesperrt. Wird es wahrscheinlich eh nie wieder nehmen, aber hey. Wir haben Platz im Rucksack. Hier besser, ja. Hier aber schlechter. Nein. Gut, dann schauen wir hier nochmal vorbei. Dann können wir vielleicht noch was... Ressourcen. 4 bis 6 Waffenteile. 4 bis 6 Stoff. 4 bis 6 Werkzeug. Enthält. Okay. Objekte. 182. High-End. High-End. 182. 182. Ausstattungsgarnitur. Ausstattungsgarnitur. Ja, toll. Und Ressourcen. Hä? Enthält Objekte. Ach, hier wieder. Ein Objekt. 182. Ist identischer, aber eben mit einem Oder. Ist auch komisch, oder? Achso, Moment. Naja, das musst du eigentlich hier... Das Oder muss eigentlich mit dieser Zeile hier tauschen. Ist das hier auch so? Das Oder muss eigentlich auch, weil... Ja. Achso, Moment, Moment. Aber ist auch etwas komisch. Enthält Objekte. 182er High-End. Oder Ausstattungsgarnitur. Und dann nochmal. Achso. Oh, wir könnten zweimal Ausstattungsgarnitur bekommen. Okay, jetzt verstehe ich's. Hey, gibt's irgendwas, das Sie brauchen? Ja, Ruhe. Gut, dann. Kleine Überraschung. Wir machen das Überraschungsei in der nächsten Folge auf. Und bis dahin. Macht's gut. Wie gemein. Und tschau, tschüss. Und bis dahin. weit